... Wir haben ein schwierigeres Gewohnen. Ich sag mal so, ich hab letzte Woche nicht mehr Dummheiten gemacht. Glaubst du, z.B.: uto 4 Wenn du so stehst, dann machst du es doch. Das ist nur so leicht. Der kann ja dann halt so rumziehen. Das glaub ich, ne? Zeig. Äh, stopp. Das hat er mit meinem Augenblick. Stopp. Dann läufst du und zeigst die Sachen. Da hätte ich die Zeit dann aber doch nicht mehr fahren. Die Karo ist schon gemenzwertiger. Jetzt geht's los. Die Karo ist schon gemeldet. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.